Aktien und Anleihen fallen gemeinsam. Was bedeutet es eigentlich, wenn man von der Neukalibrierung der Kapitalmärkte spricht? Wir möchten uns das am Beispiel der Kurs-Gewinn-Verhältnisse anschauen. Und Sie kennen diesen Zusammenhang aus vielen verschiedenen Vermögensklassen. Wir sehen auf der einen Seite im Zähler den aktuellen Aktienkurs, also was muss ich bezahlen, um einen Vermögenswert zu erwerben. Und im Nenner sehen Sie entsprechend den Gewinn, den die Aktie pro Jahr erzielt. Und der Faktor aus diesen beiden, das ist der sogenannte Multiplikator. Also wenn wir unterstellen, wir haben ein Unternehmen, das einen Gewinn von 5 Euro pro Jahr erzielt. Ein Teil wird thesauriert, ein Teil fließt über Dividenden oder Aktienrückkäufe an die Anteilseigner, die Aktionäre zurück. Und die Aktie kostet heute 100 Euro, dann ist das ein Faktor von 20. Je niedriger das allgemeine Zinsniveau, je geringer die Verzinsung für alternative Vermögensklassen wie Anleihen, seines Unternehmensanleihen, seines Staatsanleihen. Und je positiver die Stimmung der Anleger, desto höhere Multiplikatoren werden Aktien und Vermögenswerten insgesamt zugebilligt. Wenn nun das aktuelle Vermögensrenditeniveau steigt, dann steigen natürlich auch die Alternativrenditen und Anleger hinterfragen, welche Faktoren nun angemessen sind. Und wenn wir das Ganze simplifiziert betrachten und wir unterstellen, dass der Gewinn unseres Unternehmens gleich bleibt, immer noch 5 Euro pro Aktie. Aber die Anleger sind nun der Meinung, dass aufgrund der Tatsache, dass Renditen gestiegen sind, ein neuer Faktor von 16, ein sogenannter Multiplikator, angemessen ist. Dann müssen sie den Faktor von 16 mit dem Gewinn von 5 multiplizieren. Sie sehen nun, der neue angemessene Preis dieser Aktie liegt bei 80 und dementsprechend ist ein Rückgang des Vermögenswertes, im konkreten Fall der Aktie, von 100 auf 80 anzunehmen. Natürlich wirken noch viele weitere Faktoren, die auf die Preisfindung einwirken, aber die Veränderung des Zinsniveaus und des Renditeniveaus hat sehr wesentliche Einflussfaktoren auf die Kapitalanlagen, auf die allgemeine Bewertung. Und da wir nun sehen, dass die Renditen am Kapitalmarkt steigen, stellen wir insbesondere fest, dass Vermögenswerte, die keinen echten Ertrag erzielen, keinen echten Gewinn haben, massiv an Boden verloren haben, die sehr spekulativen Elemente des Kapitalmarktes, aber auch Unternehmen, die toll bewertet sind und auch gute Unternehmen sind, die haben nun etwas Preisrückgänge zu verzeichnen. Und alles in allem müssen Anleger sich überlegen, wo ist am Ende des Tages das nachhaltige Renditeniveau, welche Multiplikatoren sind angemessen, um überlegen zu können, welche Strategie für das Gesamtvermögen sinnvoll ist. Sofern Sie Interesse an einer Bewertung Ihres Vermögens, Ihres Depots haben, wo die Faktoren stehen, in Ihrem Aktienportfolio, im Anleihportfolio und wie vielleicht auch vermietete Immobilien in die Gesamtüberlegung einzubeziehen sind, so stehen wir Ihnen gerne mit unserer Fachkenntnis und unserem praktischen Know-how zur Verfügung. Es gibt eine Bewertung als zu 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 au